IFK Immobilien ist eine der führenden Maklerfirmen im Oberland. Hier wird Bodenständigkeit, vollumfängliche Transparenz gepaart mit stetiger Erreichbarkeit großgeschrieben. Mit unserer Fachkompetenz, unserer Marktkenntnis und unserer Leidenschaft sind wir stets bemüht, das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen. Bei unserer täglichen Arbeit im Immobilienbüro gehen wir mit großer Expertise und Leidenschaft vor. Unser Ziel ist es, unterschiedliche Interessenten mit unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen und für beide ein bestmögliches Ergebnis zu generieren. Vom Grundstück über Wohnungen, Häuser, Villen bis hin zu Gewerbeobjekten vermittelt das Team Immobilien jeglicher Art. Ein wichtiges Kernelement unserer Arbeit ist es, die professionelle Aufarbeitung der Informationen und Gegebenheiten. Es geht darum, dass wir die Alleinstellungsmerkmale der Immobilien und die Besonderheiten hervorheben und dass wir künftige Potenziale auch erkennen können. Im Vordergrund daher ist immer unser hoher Qualitätsanspruch, dem wir jederzeit gerecht werden möchten. Unabhängig davon ist es, ob es um die Fotografie geht, um die Exposéerstellung oder um die Kommunikation oder unser eigenes Fachwissen. In Sachen Immobilien hat Selbstbürohund Isco immer den richtigen Riecher. IFK Immobilien vermittelt nicht nur vier Wände, sondern die Immobilie für ihre Zukunft. Wir versuchen mit unseren Kunden ein größtmögliches Vertrauensverhältnis aufzubauen. Denn wir sind schließlich die Partei, die zwischen Käufer und Verkäufer vermittelt. Am Ende des Tages, wenn ich nach Hause gehe und alle Kunden sagen, final, das ist ein super Ablauf gewesen, ich bin total zufrieden, dann ist das für mich der schönste Lohn am Abend. Für das inhabergeführte Weilheimer Unternehmen steht höchstmögliche Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.